Hallo Leute und willkommen auf meinem Kanal Kleinstadt Koko. Ich bin Koko und ich begrüße euch heute zu einem neuen Video. Mal wieder, ich bin wieder auf meinem Kanal zu sehen. Ja, ich war im Urlaub, wie einige von euch durch meine Social Media Kanäle Instagram, Facebook und Twitter mitbekommen haben. Und zwar war ich auf Gran Canaria in San Agustin und habe da mit Flo ein bisschen Urlaub gemacht. Ich wurde auch ein ganz bisschen braun, wie man hier vielleicht noch sehen kann. Ja, und ich dachte mir, eigentlich wollte ich einen kamerafreien Urlaub machen, beziehungsweise einen YouTube-freien Urlaub, aber irgendwie habe ich es doch nicht geschafft. Und ich hatte so drei Lieblingsoutfits und Accessoires, die ich euch dann doch noch zeigen wollte und euch so einen kleinen Tipp geben wollte, weil ja bald die Herbstferien in Niedersachsen anfangen und in den anderen Bundesländern dann ja auch. Und falls ihr dann nochmal in den Sommerurlaub fahrt, habe ich halt nochmal ein paar Klamotten für euch zusammengestellt, die ich jetzt gerne im Sommer oder bei 35 Grad getragen habe. Und diese Outfits haben auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich diese Temperatur nochmal aushalten konnte. Und ja, genau. Ich möchte euch in diesem Video einfach nur diese Looks zeigen und hoffe, dass ihr euch dadurch ein bisschen inspiriert fühlt. Ihr könnt die auch gerne nachkaufen. Ich habe alle Links nochmal zu den Produkten in die Infobox gepackt. Das heißt, wenn ihr Gefallen an einem Outfit gefunden habt oder an einem Produkt, dann schaut da gerne rein. Da findet ihr dann auch nochmal alle Preise und, und, und. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, ich bin heute deswegen auch nicht ganz so doll geschminkt wie sonst immer, denn das war auch so mein Urlaubslook, den ich jetzt gerade trage. Ich habe mich ganz, ganz wenig geschminkt und wollte das ja auch nicht, weil ich ja auch ein bisschen braun werden wollte. Und falls ihr Interesse habt, dass ich diesen Look einmal nachschminke, da das ja auch tatsächlich mal ein schöner Alltagslook für die Schule, Uni oder Arbeit sein könnte, dann schreibt es mir doch jetzt gerne in die Kommentare und zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Da würde ich doch nochmal diesen Look einmal schminken und für euch dann mit der Kamera drauffilmen. Das sehe ich dann aber ja, wie gesagt, erst später. Da gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder schreibt es halt in die Kommentare. Aber ich würde jetzt erst nur sagen, ganz, ganz viel Spaß beim Lookbook und bis zum nächsten Video. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.